Es passiert. BlackRock verkauft jetzt massiv Bitcoin. Kommt die große Korrektur. Das ist der erste negative Tag, den BlackRock seit Mai verzeichnet und erst der zweite Outflow, den es seit dem Start der Bitcoin ETFs hier gibt. Also wir sehen hier wirklich was höchst brisantes und jetzt ist die große Frage, ob uns das in Alarmbereitschaft versetzen sollte, wenn hier die Giganten Larry Fink und BlackRock jetzt Bitcoin verkaufen, weil wir haben genau den anderen Trend gesehen, dass BlackRock immer mehr und mehr und mehr Bitcoin akkumuliert hat und jetzt sieht es so aus, wie wenn diese Phase und diese Linie hier reißt. Der Bitcoin Preis ist daraufhin auch erstmal wieder unter 60.000 US-Dollar gefallen und es sieht so aus, wie wenn selbst die institutionellen Investoren jetzt keinen Bock mehr haben auf Bitcoin, aber wir schauen uns das gleich im Detail an, ob das jetzt wirklich ein Alarmsignal ist. Zusätzlich haben wir eine hohe Ankündigung, die heute scheinbar veröffentlicht werden soll. Donald Trump soll heute scheinbar veröffentlichen, dass die USA die neue Bitcoin-Metropole wird, aber das schauen wir auch später noch an, weil das wäre auch ein neuer Oberhammer. Bevor wir aber zu Donald Trump kommen, müssen wir erstmal die Bitcoin ETFs unter die Lupe nehmen. Hier sehen wir nämlich eine negative Welle. Fidelity hat Outflows, Grayscale hat Outflows, Bitwise hat Outflows und jetzt schauen wir mal hier, was bei BlackRock aktuell los ist. BlackRock hat nämlich hier 228 Bitcoin verkauft und hier ist nicht das Entscheidende die Summe von den 228 Bitcoin. Klar, hier wenn wir das betrachten, hier 228 Bitcoins sind erstmal massiv so eine normale Person, für die ist 228 Bitcoin hier wirklich sehr, sehr erstaunlich und sehr, sehr hoch. Das sind 13,6 Millionen US-Dollar, die hier rausgeflossen sind aus diesem Bitcoin ETF. Und deshalb sieht das hier so aus, wie wenn hier massive Bitcoin-Verkäufe stattfinden, aber wir müssen das auch relativieren, weil für BlackRock selber sind hier die 228 Bitcoins im Endeffekt keine hohe Summe. Wir sehen hier, dass BlackRock mittlerweile 348.000 Bitcoins hat und wenn jetzt hier mal 228 Bitcoins rausfließen, ja, das ist nicht so geil, aber es ist jetzt kein Weltuntergang, aber was hier etwas alarmierend ist, ist halt der Trend, weil das ist im Endeffekt ein Zeichen von Schwäche. Wir haben immer Inflows gesehen, auch wenn es teilweise nur kleine Inflows waren oder dann vielleicht net neutral, aber jetzt sehen wir tatsächlich hier kleine Outflows und das ist wirklich erst das zweite Mal, seitdem es die Bitcoin ETFs hier seit Januar gibt, dass wir hier Outflows sehen. Es sieht so aus, wie wenn das institutionelle Kapital jetzt keinen Bock mehr hat auf Bitcoin, aber man darf es wirklich nicht überinterpretieren, weil das können hier teilweise Portfolioumschichtungen sein oder dann hat irgendein großer Hedgefonds vielleicht eine hohe Position verkauft oder irgendein Family Office hat eine hohe Position verkauft oder sowas. Das heißt, man darf das hier nicht überbewerten, wenn jetzt die Strecke hier weitergehen würde. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zwei, drei, vier, fünf Tage nacheinander hier negative Outflows hätten bei BlackRock, dann wäre das wirklich höchst alarmierend. Das, was wir jetzt sehen, ist hier eine kleine Korrektur, die aber sehr, sehr schnell auch wieder umgekehrt werden kann. Also es kann auch relativ schnell passieren, dass der Bitcoin-Preis hier wieder nach oben ausbricht oder dass hier wieder sehr, sehr großes Kaufinteresse kommt. Aber momentan haben wir jetzt einfach so den kleinen Downtrend, den wir hier bei Bitcoin sehen. Dementsprechend ist auch jetzt der Bitcoin-Preis nochmal unter die 60.000 US-Dollar-Marke gefallen. Wir gehen wirklich nur seitwärts oder nach unten, aber es geht wirklich nicht relevant nach oben. Wenn man hier wirklich mal das Bigger Picture betrachtet, dann sieht man hier, dass seit Januar, also seit der Zulassung der Bitcoin ETFs hier massive Summen bei BlackRock reingeflossen sind. Über 300.000 Bitcoin. Klar, gleichzeitig sind auch hier bei Grayscale viele Bitcoin rausgeflossen. Wenn die Bitcoin hier bei Grayscale nicht rausgeflossen werden, dann werden die Bitcoin-Preise wahrscheinlich schon wo ganz anderes. Aber wir hatten ja zuerst so eine Umschiftung. Das heißt, aus Grayscale sind ganz viele Bitcoin rausgeflossen und in BlackRock reingeflossen. Und jetzt hat sich das so ein bisschen eingependelt und hier sind auch bei BlackRock jetzt die Käufe etwas eingeschlafen. Aber das kann auch relativ schnell wieder nach oben ausbrechen. Das heißt, wir haben hier definitiv keine gute Nachricht. Man kann das hier nicht schönreden, aber es gibt jetzt auch keinen Grund hier komplett in Panik aufzugehen, wie manche Leute, die wirklich hier vielleicht auch neu dazugekommen sind bei Bitcoin, bei 70.000 eingestiegen sind und jetzt tatsächlich Panik bekommen. Oh, jetzt fängt sogar hier BlackRock an, Bitcoin zu verkaufen. Nein, ihr müsst immer das Bigger Picture betrachten und da ist wirklich hier kein Problem. Klar, es sieht so aus, wie wenn hier massive Bitcoin-Bestände verkauft werden. Aber wenn man es in Relation setzt, zu was BlackRock hat, dann sind diese massiven Bitcoin-Bestände hier eigentlich Kleinigkeiten, weil im Vergleich zu 300.000, über 300.000 Bitcoins sind hier ein paar 200 Bitcoin, die hier verkauft werden, eigentlich lächerlich. Und dann haben wir hier noch was sehr, sehr Spannendes, was heute passieren könnte. Und zwar sehen wir hier in Social Media gerade überall die Postings. Trump will announce a plan later today to make the US the Bitcoin Capital of the World. Also Trump will scheinbar heute veröffentlichen, dass er hier die USA zur Bitcoin-Metropole der Welt macht. Und das wurde von verschiedenen Accounts veröffentlicht. Ist hier keine offizielle Verkündung von Donald Trump, sondern es sind hier nur mehrere Social Media Accounts, die hier Welle machen. Da bleibt jetzt wirklich spannend abzuwarten, ob hier Donald Trump wirklich heute seinen Plan veröffentlichen wird, hier die USA zur Bitcoin Capital, zur Bitcoin-Metropole zu machen. Er hat das ja auch schon in seiner Rede in Nashville angekündigt, dass er hier die USA zum Bitcoin-Hotspot machen will und nicht hier gegen China im Bitcoin-Kampf verlieren will und hier definitiv vor China der First Mover sein will, dass er hier die Mining-Industrie schützen und fördern will, dass er hier die Regulierung besser machen will für Bitcoin-Leute und hier Kapital ins Land ziehen will, Innovation ins Land ziehen will. Aber auch hier gilt, noch etwas vorsichtig zu sein, weil hier kann in Social Media viel geteilt werden, solange es hier keine offiziellen Stellungnahmen gibt, solange würde ich das hier auch mal noch nicht überbewerten. Wenn sich hier was tun sollte, dann werde ich definitiv darüber berichten, weil das würde ein massiver Preistreiber sein, wenn hier Donald Trump offiziell macht, dass er hier wirklich Bitcoin in den USA extrem fördern will, weil momentan gibt es hier so halbe Bekenntnisse von Donald Trump, gibt es so ein paar Wahlreden und so, aber ob das in Wahlreden immer so ernst zu nehmen ist, das ist auch die große Frage, wirklich relevant ist, wenn es auch wirklich mal auf dem Papier steht, wenn dann drunter steht, okay, wir machen jetzt hier ein Bitcoin-Gesetz, sowas wie Cynthia Lumis, die am Endeffekt schon vorgebracht hat, dass man hier eine Bitcoin-Reserve-Strategie fährt, dass man hier eine gewisse Anzahl an Bitcoin kauft, zum Beispiel jeden Tag 100 Bitcoin kauft oder jeden Tag wie El Salvador ein Bitcoin kauft, dass man sich hier wirklich committet und es gibt ja auch die Überlegungen, die Schulden der USA hier mit Hilfe von Bitcoin zurückzubezahlen, aber wie gesagt, solange das nicht auf Papier steht, solange Donald Trump auch noch nicht gewählt ist und solange auch wirklich diese Aktionen nicht in der Realität zeigt, solange muss man immer noch etwas vorsichtig sein, weil ihr wisst alle, dass Politiker gerne davon reden, hey, wir machen das und das und das und in der Realität wird es dann doch nicht umgesetzt, deshalb hier sehr, sehr bullish, wenn es passiert, aber trotzdem noch etwas vorsichtig sein und das gleiche gilt auch hier für Michael Dell, weil wir haben jetzt gestern tatsächlich hier die Earnings gehabt und ich habe auch schon gestern darüber berichtet, dass es sein könnte, dass Michael Dell offiziell verkünden wird, dass er hier Bitcoin gekauft hat, ich habe aber auch gesagt, dass die Chance, dass dies passiert, relativ gering ist, obwohl es die Bitcoin-Community relativ hoch gehypt hat und tatsächlich ist es jetzt auch genauso gekommen, Dell hat die Earnings veröffentlicht und es ist nichts von Bitcoin zu sehen, das ist erstmal schade, aber auf der anderen Seite ist es auch noch ein Einkaufsfenster, weil solange hier das Großkapital noch nicht in Bitcoin reingeht, heißt das natürlich auch, dass die Bitcoin-Preise noch nicht to the moon geht und es noch günstigere Einkaufsmöglichkeiten gibt, weil stellt euch mal vor, jetzt würden alle große Unternehmen, Microsoft, Dell, Apple, Google, Tesla, nee, Tesla hat ja schon Bitcoin, aber die ganzen großen Unternehmen, die würden jetzt alle in Bitcoin reingehen, ich meine der Bitcoin-Preis, der würde extrem davonrennen und deshalb, ja, man kann es hier negativ sehen, Dell hat jetzt noch keine Bitcoin gekauft, man kann aber auch die andere Perspektive einnehmen, wenn die großen Big Player hier noch nicht in Bitcoin reingehen, dann gibt es für die kleinen Fische noch mehr Bitcoin zu kaufen und das ist ja auch die Idee von Bitcoin, dass hier jeder partizipieren kann und hier haben wir auch das erste Mal die Möglichkeit quasi die Wall Street Front zu runnen, klar, jetzt gibt es mit den Bitcoin ETFs und BlackRock und so weiter schon hier wirklich großes Angebot und auch Nachfrage an der Wall Street, aber es gibt halt immer noch so ein Opportunitätsfenster, das man potenziell nutzen kann, man kann jetzt noch Bitcoin kaufen vor den Big Playern, weil viele Big Player, die sind einfach noch nicht in Bitcoin, auch wenn es jetzt möglich ist, hier in Bitcoin zu gehen, über die Bitcoin ETFs, Dell könnte hier jederzeit Bitcoin kaufen, auch Microsoft, Apple und so weiter, die könnten alle ganz ganz einfach Bitcoin kaufen über das Vehikel Bitcoin ETF, aber trotzdem machen sie es nicht und solange die das nicht machen, gibt es halt hier auch noch das Opportunitätsfenster, das wird sich auch irgendwann mal schließen, irgendwann werden dann auch mal die Big Player drauf kommen, dass sie hier eine Bitcoin Allokation brauchen, aber solange gibt es einfach hier noch günstige Möglichkeiten, hier die Big Player Front zu runnen und deshalb auch, wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, schaut gerne bei 21Bitcoin vorbei, die einfachste Möglichkeit, um in Europa Bitcoin zu kaufen, mit dem Code BitcoinHotel bekommt ihr hier noch 20% Rabatt auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin, ich verlinke euch unten den Link zu 21Bitcoin und jetzt lasst mich wissen, wie ihr die aktuelle Situation einschätzt, seht ihr es als extrem bearish, dass ihr BlackRock Bitcoin verkauft und was sagt ihr zu den Spekulationen um Donald Trump, wir sehen uns, bis dann, Peace out.